Hallöchen meine lieben Gaming-Freunde und Cars-Fans, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Mit mir geht's gut und wir rasen jetzt weiter. Und ich würde mal vorschlagen, wir nehmen direkt die nächste Strecke hier. Oh, mein Speedway, das hatten wir schon. Das nächste wäre Motor Speedway des Südens. Wir haben genug Punkte, aber es ist gesperrt. Okay. Das heißt, wir müssen uns was anderes suchen. Reifele. Ja, mein guter Freund, wir brauchen immer gute, weiße Reifele. Aber erstmal brauchen wir eine Mission. Ein 90 Auftrag. Da ganz hinten ist was. Schauen wir mal. Äh, nee. Nee, okay. Das ist, ach nee, das ist bloß hier Charaktoren ärgern. Wo finden wir jetzt was Neues? Ja, dann fahren wir mal in die Richtung. Ah, hier, okay, das ist neu. Mein Hippie-Auto. Ich bin gern D. So, Boost mit Bully. Ja, der gute alte Bully und sein Öko-Sprit. Wunderbar. Hey, Bully, was kaufst du da? Eine neue Portion Spezialgebräu, mein Freund. Wow, Bully, was ist denn da drin? Gutes Zeug, was? Ich nenne es Super-Oktan-Turbosaft. Und du meinst, davon werde ich schneller? Hahaha, das kriegst du nur auf eine Art raus. Ja, dann testen wir mal seinen Turbosaft. Oh, Fans. Hallo, Ladies. Haha. Und Bully ist aber Start. Äh, Boost mit Bully. Okay, nutze den Turboboost für mehr Tempo. Turboboost füllt sich mit der Zeit auf. Okay. Fahre unter die Top 3 und du erhältst Pokalpunkte. Erster Platz 5 Pokalpunkte. Zweiter Platz 3 Pokalpunkte. Und den dritten immerhin noch 2 Pokalpunkte. Weiter. Los. Und wie schalte ich den Boost an? Wow. Okay, das war der Boost. Yeah. Ja, okay, okay. Lang dauert der Licht an, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Er meint etwas. Oh. So. Hey, warte. Nein. Ach was, macht nichts. Wow, was für eine Kurve. Oh, nee. Turbo. Wer ist cool? Ich bin cool. Wow, kann der fliegen, oder was? Ja, die Mädels freut sich auch, das macht Spaß. Mit dem Turbosaft. Und Turbosaft voraus. Hier geht's lang. So fest wie die Kurve. Wow, das war ein Riesenfehler, aber... Oh, ich bin da irgendwie rausgekommen. Und hier. Rechts. Und das war gerade mal die erste Runde. Nee, jetzt. Ja doch. Jetzt fahren wir die zweite Runde. Das war die erste. Nein, doch. Nein. Ja, natürlich. Konzentration. Ja. Rechts. Links. What got that? Ja, das war besser jetzt. Und Turbosaft. Und Turbosaft. Die kann auch fliegen. Wenn man die Strecke kennt, dann läuft es ja besser, ne? Wenn sie einem unbekannt ist. Und dann macht man diese geilen Teilefehler. Wie? Du wie jetzt? Aha. Turbosaft. Ja. Die Mädels haben immer noch Spaß. Aber sollen die doch mit Bulli abhängen? Wir sind ganz vorderlich. Unerreichbar. Sehr gut. Letzte Runde. Vielleicht wird das sogar unsere Bestzeit. Mal gucken, mal gucken. Müsste ich aber den Boost öfters nutzen. Und zack. Oh, das meint mich. Nochmal. Und jetzt. Das ist okay. Das ist unschlecht. Wow, das war... Das war... Das wird nicht mehr die beste Runde. Das sieht man am Bäumchen hängen. Ach, du liebe Zeit. Aber wenigstens holen wir noch den Sieg. Wenn die beste Runde können wir vergessen. Das lief doch so schön. Juppie. Bumbo. Und jetzt links. Okay, wir sind fast durch. Nochmal links. Ja. Und rechts. Und rechts. Und guck. Ja. Ich bin schneller als schnell. Ja. Okay, das mit den Bäumchen. Ach, ärgerlich. Aber naja. Ich habe ja ein paar Äpfelchen gepflückt nebenbei. Daraus machen wir ein Turbo-Turbo-Sprit. Äh, Turbo-Saft. Ne, sogar fortwörtlich. Turbo-Saft, ja. Wegen Äpfeln. Ihr versteht. Äh, Rekord, ja. Die beste Runde war eine Minute 21. Ja. Wir haben 5 von 5 Pokalen. Das ist wunderbar. Sorry, fortsetzen. Ja. Möchtest du dein Profil auf der Memory-Card? PS2-Memory-Card-Steckplatz 1 speichern? Ja, ja. Immer noch. Alles ja. Schade. Immer noch. Schade, 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 dass es nicht automatisch ist. Also Autosave vermisse ich hier sehr. Okay. Rechts einschlagen, um nach links zu fahren. Was? Äh, ja. Wow. Du holst aus dem Zeug mehr raus als ich. Nur zu. Mach den Tank ruhig voll damit. Ich brau gerade Neues. Für dich. Kostenlos. Echt? Danke. Das ist sehr freundlich, Bulli. Danke. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich im Namen des ganzen Teams. Ah, neues Event. Fähigkeiten freigeschaltet. Du hast eins von drei Boost-Tanks aufgesammelt. Erhöhe die Turbo-Boost-Dauer mit weiteren Tanks. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil der Boost ist ja doch sehr kurz. Aber man kann's upgrade. Sehr schön. Und, äh, das hätten wir jetzt geschah. Die Frage ist nur, äh, müssen wir das bei dem auch mal, sonst würde ich's ja direkt machen, sofort. Weil ich glaube, das kommt erst noch. Boost mit Bulli. Ja, nee, dann. Das prägt nichts. Das hatten wir schon. Ich dachte, man kann wechseln. Aber nö. Zu früh, zu früh. Aber kein Wunder, ne? Dann hätten wir ja direkt, äh, den Boost voll gemacht. Und, ja. Dann wären wir super schnell. Katsika. Äh. Sarge. Ja, mit dem werden wir auch noch was machen. Kruhnerd Pro. Hallo. Schön, dich zu sehen. Dankeschön. Das freut mich. Danke, danke. Und schauen wir mal, was wir noch haben. Postgarten haben wir noch nicht alle gesammelt. Dann nehmen wir mal mit. Wohle Spockte. Können wir jetzt. Nö. Schade. Nö, nö, nö. Äh. Lackieren. Hier, Reifele. Was ist da los? Hier haben wir Reifele. Äh. Das. Oh. Das hat wehgetan. Oh, sorry. Tut mir leid. Äh, das war nicht mein Fehler. Du hast nix gesehen sonst. Klar, ich dir da der Reifele. Hehe. Okay. Hier ist eigentlich so nix Neues. Da ist Uli. Hi. Hoi. Äh, vielleicht da hinten. Ja. Ach da, guck mal. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Sarge. Ja, Geländefahrzeug. Ja, Geländefahrzeug. Zeig mir, wie's richtig geht. Sarge Trainingslager. Los geht's. Dein Dienstantritt war um Punkt 10 angesetzt, Soldat. Sarge, ich bin kein Soldat. Jetzt schon, Soldat. Achtung. Jawohl, Sir. Ich kann dich nicht hören, McQueen. Jawohl, Sir. Schon besser. Doc hat mir erzählt, dass du dringend Nachhilfe im Geländefahren brauchst. Und wenn ich dich so ansehe, hat er völlig recht. Du bist jetzt in meiner Truppe, Junge. Also runter mit dir auf die Räder und sag dem Asphalt leise Servus. Auf geht's. Los, los, los. Los, los, los. Das ist schlappig. Das ist krass, ihr spritzschluckenden Weicheier. Ihr habt doch alle V8-Motoren. Ich will nicht. Ich will mein Super verbleiben. Seid ihr denn überhaupt schon mal im Gelände gefahren? Ab in den Schlamm mit euch. So. Die erste Aufgabe lautet, diesen Kurs zu schaffen. In halber Zeit. Und alle Hindernisse zu überwinden. Scheitern wird nicht geduldet. Los, los, los. Verstanden, Sir. Okay. Los, los, los. Ja, das ist ja peinlich, ne? Das sind ja Geländefahrzeuge. Und die haben wahrscheinlich noch nie ein Gelände gesehen. Ich kenne nur glatte Straßen, Asphaltstraßen. Schön glatt und gespeilig. Ja. Und wir als Supersportwagen, Rennauto, Wikingsfit. Sarge Trainingslager. Fahre dreimal Sarge Trainingskurs. Vermeide oder überspringe Hindernisse. Achte auf die Zeit. Überspring? Ach da. Man kann springen. Oh. Das wusste ich nicht. Dann hopsen wir uns. Durchs Ziel. Äh. Und da bietet die Bestzeit. Du bekommst einen Pokalpunkt. Der beste Zeit wäre vier Minuten. Wir stehen den ersten Level, um ein neues Event freizuschalten. Okay. Also wir müssen besser als vier Minuten sein. Los geht's. Turbo. Und hoppala. Hä? Ich hab gehüpft. Wieso? Ach so. Ach. Ja so. Runter und dann erst hoch. Ja, das muss ich schon sagen. Ja. Und ich hab's selbst herausgerückt. Und ich teste. Ah, da links. Ja. Ja. Ach so. Alles gut. Okay. Okay. Wow. Hüpfel mit dem Eifel. Hüpfel mit dem Eifel. Oh. Oh. Aber es runter und dann hoch. Sonst gibt's kein Hüpfel. So. So. Runter. Hüpfel. 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 Ayo. Hüpfel. Hüpfel. Ach je. Hüpfen mit der Hüpfen. Sehr schön. Aua! Ja, mal gucken! Letzte Runde! Wir schaffen's! Bestzeit! Ich komm! So, Donele! Schwuppdiwupp! Hier, aufpassen! Keine Fehler machen, bitte! Jedes Mal, wenn ich sie wehne, mach ich es auch. Oh, ja! Oh, ja! Ja! Wir haben noch eine Minute. Ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ich bin gut! Oh! Das war's! Wow! Okay! Das war sehr gut! Na, ich dachte doch, hm, vielleicht müssen wir es wiederholen, aber es lief wunderbar! Drei Minuten neunzehn! Und wir hätten... Hm, drei Minuten neunfünfzig! Das hätte gereicht! Mehr hätten wir nicht schaffen müssen! Sehr schön! Weiter! Ja! Event! Zwei von zehn! Okay! Die... Nächstes Level! Müssten wir das jetzt machen? Nö! Deswegen, na... Das wird auch heftig! Also, wenn es weitergeht mit dem nächsten Level... Event beenden! Speichern! Das war ja dann doch einfach, ne? Wow! Aber naja, Übung macht den Meistern auf! Wenn ich das mehrmals gefahren bin, immer wieder und wieder, vielleicht wird es dann auch noch besser! So, Speichern erfolgreich! Neue Events verfügbar! Sarge! Querfeld ein... Quer... Was? Querelen! Aha! Wie soll das denn sein? Dort hinten, ne? Würde ich mal behaupten, oder? Ne, der steht ja hier, das Laufkrieg. So! Achtung, McQueen! Links! Rechts! Hallöchen! Warte mal! Links! Rechts! War das gut so, Sarge? Links! Rechts! Und... Und... Hüpfel! Hey! Achtung, McQueen! Ja! Rechts! Rechts! So! Geschafft! Rauf! Rauf! Runter! Auf! Runter! Genug! Ja! Was ist da los? Hecht! Verdet! Jej mal! Ich mache jetzt! Reaktioner Anthony! Bis zum nächsten Mal.